Ja, ich würde mal sagen, wir sind voll. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich brauche dringend größere Festplatten wieder. Wie kann ich denn nochmal? Kann ich nochmal 16er machen? Nee. Kann ich 4er machen? Nee. Kann ich 1er machen? Ja. 3 Stimmen. Okay. Damit könnte ich eine 4er herstellen. Uiuiuiuiui. Ich brauche viel mehr Logic. Habe ich noch Logic Drucker? Nee. Also doch habe ich, aber ich brauche mehr Gold hier. Habe ich Gold? Gold? Gold habe ich viel. Da. Also jetzt automatisiert sich alles und jetzt fließt alles in dieses ME-System. Ich werde gleich so hardcore weinen, weil das hier schon gleich voll ist. Du siehst, voll, voll im Grunde genommen voll. Hier füllt sich auch gerade alles. Wenn ich jetzt nicht gleich fertig werde, mit was angeschaltet. Oh ja. Ich habe ein bisschen zu früh angefangen, alles einzusortieren, aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass es sich jetzt einsortiert. Ich werde diesen Platz hier tatsächlich noch brauchen, denke ich. Ich werde hier noch ein ganz großes Rechenzentrum reinbauen. Also das Schöne ist, ich kann hier die Festplatten nehmen und keine Ahnung, so vier nochmal hochbauen, überall Festplatten rein und der Lachs läuft. Aber dafür muss ich erst die Festplatten haben und die habe ich zurzeit halt einfach nicht. Und das ist ein Grundproblem. Du siehst, hier fließen schon die ersten Sachen raus, die ersten Barren und so weiter. Naja, das denke ich mir auch schon ab und zu. Nach dem Acht-Stunden-Tag, dann noch drei Stunden Training ist hart, aber es ist halt für mich einfach der geilste Sport. Sturz die größten zu spielen, ja, vor 500 Menschen im Schnitt, das ist eine Menge, das darf man halt echt nicht unterschätzen. Also von daher, ich war total überrascht. Also, ich habe mir da ein Profil angeguckt und ich dachte mir so, wer ist das? Erstmal. Da habe ich noch so weitergeguckt und so gemerkt, Alter, was ist ein Typ? So, der ist Footballer? Und da habe ich weitergeguckt und so gedacht, Alter, der spielt für eine größere Mannschaft? Also, ich war echt so kurz, so, weißt du, so, ich habe schon Chapeau gesagt, so, Alter, ich habe mega Respekt in dem Moment. Habe ich bis jetzt noch natürlich vor dem Sport. Aber du bist halt, total der normale Mensch und das finde ich halt richtig cool. Also, nochmal Hut ab, weil du so ein normaler Mensch bist. Weil das erwartet man von einem besseren Sportler weniger. also, ne, ist gar nicht mal abwertend gemeint, aber, ähm, ja. Ich merke das schon bei Karate-Sportlern. Gerne mal. Dass da gerne die Messlatte ein bisschen, bei Freundschaften, ein bisschen höher gehangen wird. Und gesagt wird, ja, so, ich kämpfe ja für XY. Ich denke mal so, ja, und? Du bist genauso schlafen wie ich? So. Was willst du mir damit sagen? Aber, gibt's nochmal. Ja, also, deswegen habe ich ganz großen Respekt davor. Wie du dich auch generell so, mir gegenüber dann auch verhalten hast. Du hast einfach nur gesagt, hey, cool, und sind direkt ins Gespräch gekommen. deswegen habe ich dich auch so, äh, erwähnt, weil, natürlich fand ich erstmal das Let's Play cool, weil, du bist einfach mega sympathisch. Ähm, lass dir das von mir sagen. Und, das Zweite ist halt einfach, das war halt so für mich so, es war halt cool, jemanden zu kennen, der ein bisschen näher am Profisport dran ist, als ich. Also, was heißt ein bisschen, du bist viel näher dran als ich. Aber das war einfach ein cooler Moment. Und, wie gesagt, bis heute noch, äh, richtig, äh, stolz auf dich kennengelernt zu haben. Also, und dich weiterhin kennenzulernen. Na, also, aber das liegt jetzt nicht nur am Football, sondern einfach nur, weil ich dich cool finde, so als Menschen. Ähm, wie gesagt, aber ich will jetzt nicht in Lob und, äh, Liebe irgendwie enden. keine Sorge. Ähm, ich, ja, wenn ich von meinem Chef eine Sache gelernt habe, dann musst du affirmieren oder beziehungsweise einfach nur das sagen, was du denkst. Weil das reicht meistens aus. Um respektvoll zu sein. Naja, mein Chef. Der Isen, der Isenkerl, du, wie sagst du es dir? Ich brauche Silizium und ich brauche den Siliziumdruck, weil ich merke, ich zu wenig. Ich brauche noch einen. Na ja, danke. Ich denke, wir verstehen uns echt gut auf, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, das, das fand ich cool. Übrigens, eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist und, ähm, wo ich gar nicht mit gerechnet habe, das machen sehr, sehr wenige. Ähm, du hast direkt geguckt, wer ich bin. Und ich bin ja, also, ich bin ja nicht in, weil ja, ja, du bist eigentlich auch ein ganz normaler ruhiger Typ. Wenn ich meinen Helm auf habe und mein Trikot stecke, dann kommt das Biest raus. Ja, ja, dann, dann, dann klopst du die Leute um, ne? Ne, also, es ist halt total komisch auf Twitch. Also, ich habe es, also, ich möchte mich nicht drüber beschweren, warum auch, aber ich habe gemerkt, auf vielen Blogs oder so, wird immer gesagt, ja, ihr müsst irgendwie als Community zusammenarbeiten, ja, ihr müsst miteinander in Kontakt sein und so, Fand ich, muss ich zugeben, ähm, finde ich richtig und dann stehst du da, schaust dir, also, gehst dann auf den Stream und ihr habt das ja auch so ein bisschen geschrieben und plötzlich wirst du aus dem Nichts heraus irgendwie einfach so richtig dumm angemacht von den Streamern und ich denke mir halt manchmal so, Alter, ist kein Wunder, dass du keinen Zuschauer hast, wenn du dich so verhältst. Also, ne, so, wie der oldste Macker, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ähm, oder halt die Community benimmt sich irgendwie komisch oder sowas. Aber sowas macht man halt nicht. Aber, im Grunde genommen fand ich das, wie gesagt, ganz cool. Du hast dann aber nur gesagt, ich gucke mir mal an, wer das ist. Das machen die wenigsten. Ich interessiere mich ja auch für die Menschen. Ich gucke dann auch immer mal gerne auf Insta oder so. Du hast schneller als ich. Und, ähm, ich finde das gehört einfach. Das ist einfach so, so, so ein bisschen Anstand. Ja, so, ich habe ja schon reingeguckt. Ich habe mit dir geschrieben. So, ne, und ich fand dich korrekt und passt doch. Aber, ähm, ich denke, das ist ein Grundproblem in Deutschland manchmal, dass man nicht so sehr aufeinander achtet. Also, ne, wenn ich halt korrekt sein will, dann suche ich halt korrekt zu sein und bin kein Idiot. aber, ähm, ja. Ich will mich, wie gesagt, nicht drüber ab. Ob fucking, ich brauche mehr davon. Ja, gell, das ist, das ist auch gar nicht mal so üblich. Ich habe mal mit einem anderen Streamer darüber gesprochen, so gefragt, ey, wie sieht es denn aus, ähm, wenn Leute bei dir im Stream sind, schreiben die mit dir? Und der so, nö, eigentlich nicht. Und ich habe dann so gefragt, ja, warum machen die das so? Ähm, also klar, es gibt die stillen Zuschauer, aber, eine andere Streamerin sagte mal, einen sehr klugen Satz, meiner Meinung nach, einen sehr klugen Satz, das ist wie, weißt du, wenn ich zu dir nach Hause komme, einmal mich still irgendwo hinsetzen und dir zugucke, was du in deinem Leben machst, ne. klar ist Twitch ein bisschen anonymer, aber irgendwie ist es der Respekt, nur Hallo zu sagen, zu Hallo zu sagen und ja. Ja, gell? In, in der USA sind die tatsächlich viel offener. Ich glaube, das ist mitunter, gut, auch die große Zuschauerbreite, aber, ich glaube, das ist auch ein Grund mitunter, warum einige auch, ähm, auf Englisch. Oh, äh, Jiglove, was ist bei dir passiert? Warum hostest du mich schon wieder? Nein, Quatsch. Hi, grüß dich. Grüß dich. Äh, und, äh, danke. Ich, ähm, ich bin ja hell aufgeregt. Ich bin total erfreut. Ähm, ja, wie gesagt, also, es ist irgendwie komisch und ich glaube, auch in Deutschland ist es teilweise so, also, für mich persönlich ist es manchmal so, dass du, läuft alles, läuft alles, ne? Ähm, dass du halt einfach das Problem hast, dass die Leute eigentlich nur auf die großen Streamer gehen und das war's dann. BF5 wird gestreamt. Ich muss sagen, ich werde es mir holen. Wird, äh, ist gestreamt worden. Okay. Mit Battlefield, wie gesagt, kann ich nicht mehr anfangen. Oh, Nirreboar. Vielen Dank für dein Follow. Das ist ja wundervoll, dass du hier wirst. Meine Güte. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich affirmieren soll, aber ich würde sagen, du bist der coolste Typ. Einer der coolsten Typen. Wir sind noch andere coole Typen, aber du bist cool. Definitiv. Und du bist ein Nerd. Da musst du cool sein. Dafür doch nicht. Ja, natürlich. 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 Natürlich dafür. Es ist schön. Es ist schön, dass du da bist und es ist schön, dass du was geschrieben hast, weil wir hatten eben das Gespräch über Lurker und über Leute, die vielleicht gar nicht mal so gerne schreiben. Und es erfreut einen Streamer, wenn mal kurz was geschrieben wird, kurz Hallo gesagt wird, vielleicht auch, ja, was ganz Liebes gesagt wird. und ja, und danke dafür. Danke dafür, dass du hier bist. So. Und jetzt genug des Lobes. Ja, genau. Im Tagebuch, ja. Im Tagebuch habe ich darüber geschrieben. Also im Tagebuch. Wir haben hier so einen Link. Justin, wenn du möchtest, kannst du ihn gerne noch mal reinposten. Der kommt alle 15 Minuten mal oder alle halbe Stunde. Da habe ich ein bisschen über ein paar anwesende Streamer hier geschrieben und wie ich das Streamen selber erlebe. Übrigens, wir haben erstaunlich viele Klecks drauf. Also erstaunlich viel meint, ähm, ihr spiele After Humans tatsächlich. Genau. Ähm, After Humans Modpack von, äh, Gronkh. Ähm, von dem lieben Herrn Gronkh. Ähm, ja, das ist für mich eines der besten Modpacks gerade. Also, ich habe die anderen vielleicht nicht so durch oder vielleicht habe ich auch keine Affinität dazu, aber das macht mir doch Laune. so, kann leider keinen Links brauchen. Boah, doch, natürlich. Ja, schau eher klein zu. Bin auch in einer Community mit einem guten Kumpel, in denen sich kleine, äh, einige kleine Streamen bilden. Ähm, ja, also, zum Beispiel auch hier, äh, der Justin ist dabei bei uns. Ähm, vielleicht hast du auch lieber Stillfall Lust mitzumachen bei uns. Ich klopfe mal kurz an die Tür. Ähm, der, wie gesagt, der Justin ist dabei. Ähm, der Purger 23, der Maurice ist dabei. Den kenne ich halt auch schon sehr lange privat. Ähm, wahrscheinlich. Sehr interessant, ich sitze momentan mit zwei Kollegen am Project Ozone 2. Was ist denn dieses Project Ozone 2? Das kannst du uns gerade mal erklären. Das wäre eigentlich ganz gut. Vielleicht ist es was sehr Interessantes. Ozone war doch mal eine Band, oder? Ich erinnere mich gerade. Ähm, was haben wir gesungen? Drago Stadinte? War das nicht das? Sorry, ich will mich nicht darüber lustig machen, aber das fällt mir gerade nur auf. Ähm, wir brauchen das noch. Haben wir noch genug? Oh, jetzt geht's aber rund hier mit den Speicherdaten. Was? Drei Stück auf einmal. Alter. Moment. Ich brauch diese Speichermedien. Speicher. Ah ne, Aber das doch. Und? Sorry, das war zu viel. Es ist nie passiert. Okay, es ist nie passiert. Wir reden nicht nochmal drüber. Jetzt hab ich einfach das ganze Quarzglas rausgeschmissen. Scheiße. Okay. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein sechs, äh, ja. sechs, ähm, stöckiges Ding da bauen. Ähm, okay, Moment, ich muss nochmal alles durchlesen. Ähm, oh, jetzt, also das ist mein Stückler, vielen Dank. Ähm, Modpack mit Botania und Technik, kenn ich gar nicht. Ja, hab mir mal die anderen auch schon angeschaut und mal einen Folter gelassen. Cool, cool. Also, hier, Justin, ähm, ne? Justin, ihm auch folgen, ne? Also, er ist ein, er ist ein dufter Typ. Sag ich doch, das ist ein sehr anständiger. Ähm, und außerdem, wie gesagt, wir verstehen uns einfach so. Ich glaube auch, stillvoll, jetzt muss ich auch mal fragen, wie du heißt, es ist mir irgendwie die ganze Zeit komisch, dich stillvoll zu nennen. Das ist nicht bös gemeint, aber irgendwie ist das gerade befremdlich. Ähm, genau. Und, ähm, ne? Haben wir mal ein Follow da lassen, auch bei ihm. Ähm, 200 neue Mods im Hardcore-Modus. Siehste, das wäre doch was. Das wäre doch was. Siehst du, Justin? Der ist duftig. Wir müssen halt, äh, Justin, lieber Justin, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, ähm, und danach Klammer zu. Ähm, wir müssen, ich muss auch mal mit der Jackie sprechen, weil die würde ich auch irgendwie vielleicht mal gerne fragen. Ähm, einfach weil wir jetzt relativ viele neue bekommen und ich mich auch mit ihr ja gut verstehe. Nico, also, ich bin der Alex, der Jigleif ist der Justin, der andere ist der Maurice. Also, hi, wie ich schon sehe, dass er die Standardeinstellung bei OBS hat. Wen meinst du? Ich verstehe dich nicht. Ähm, wir machen jetzt aber auch keine ASMR. Ähm, Nirebo, ich finde das sehr spannend. Äh, kannst du vielleicht einen Link uns irgendwie vermitteln, dass wir da mal reinschauen können oder ich zumindestens, wenn die anderen schon keine Lust haben? Das wäre eigentlich ganz cool. Dann würde ich auch mal, äh, meinen Hintern dahin bewegen. Ähm, ich habe noch eine Idee. Ich laufe gerade ein bisschen planlos rum, aber ich habe noch eine Idee. Eine sehr große Idee. Ich möchte gerne, weil das mir jetzt nämlich zu lange dauert, die Leiter, äh, Dinger hier mitnehmen. 15 Stück. Oh, ähm, da ist ein Loch. Habe ich nicht reingemacht. Und, wo ist denn der Kollege? Da ist der Kollege. Guck mal hier. Und jetzt geht's rund. 3, 2, 1, go. Tschüss. Vielleicht ist das Lager leer. Ich sag's euch. Wir schauen mal kurz. Ja, ist im Twitch-Launcher unter Mods? Achso, ist es im Technik-Launcher? Cool. YouTube-Videos ist auch cool. Das ist, das ist cool, Nico, dass du das auch, dass du auch Videos machst. Also das ist, ich finde das eh immer ganz dufte, wenn sich jemand, ähm, noch anders beteiligt als nur auf YouTube, äh, auf YouTube-Stream, auf Twitch-Stream. Ähm, ist ein Twitch-Launcher, Twitch-Launcher. Twitch-Launcher. Technik oder Twitch? Weil den Twitch-Launcher nutze ich ja nicht. Ich nutze ja eher was anderes. Okay, also das ME-System füllt sich mit jeder Menge Quark. Im Windows-Twitch-Launcher. Ich hab den noch nie genutzt. Kann man den irgendwo runterladen? Gibt's den irgendwie im Windows-App Store oder so? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich nicht. Ähm, ja, also, du musst ja, also, weißt du, der zum Beispiel Justin, wenn der schreibt, dann weine ich. Laut. Aber er lernt's ja. Nein, das ist tatsächlich so. Ähm, wir sind alles Mögliche. Also, wir sind Schreiber, wir sind YouTuber, wir sind Twitcher. und morgen werden wir höchstwahrscheinlich einen Musiker schon dabei haben. Übrigens ist das mein Onkel. Ähm, der ist Rapper und der ist echt ein guter Rapper. Ähm, der wird uns vielleicht sogar lizenzfreie Musik zur Verfügung stellen. Ähm, genau. Und da lässt sich schon extrem viel machen. Sein Bruder ist, ähm, sehr, sehr, sehr bekannter Videomacher für Tuning-Autos. Der arbeitet für große Firmen und großen Werkstätten. Ähm, den ich ja auch sehr gut kenne. Der wird wahrscheinlich auch noch mitmachen wollen. Und dann werden wir sogar noch, ähm, ah, Dankeschön, Dankeschön, Justin, für den Link. Ähm, könnt ihr euch alle gerne nochmal angucken, die ihr hier jetzt da seid, wenn ihr möchtet. Genau. Und, ähm, wie gesagt, er als Rapper, er hat auch unglaublich viel Erfahrung. Und ich bin gespannt, was das wird. Also, wenn er sich entscheidet, mitzumachen, wenn ihr wollt, ähm, ich muss eh warten, bis das Lager leer wird. Ganz kurz, nicht wundern, ich poste euch kurz mal einen Song von ihm. Ähm, Mädchen, könnt ihr euch das gerne mal reinziehen? Ähm, ich muss gerade überdenken. Ja. Was ist das hier? Also, es gibt zwei wirklich gute Songs von ihm. Eher im, das war mit Kollegen von ihm. Einmal das hier. Ich, ich muss das einfach mal zeigen, weil es einfach so, ist ein echt guter Song. Und das hier. Das ist sogar in den, nicht in den Charts, also der zweite, It's on tonight, ist jetzt nicht in den Charts aufgenommen worden, in die Charts aufgenommen worden, aber die, ähm, haben eine Menge Reibach mit dem Song gemacht. Ja. Oh, ja, okay, gut, aber guck mal, ähm, ich arbeite in dem Jargon über, also, in dem, in dem Journalismus schon über drei Jahre. Ich bin Redaktionsleiter gewesen. Sorry, ich krieg das nicht mehr raus. Ich find den Namen, der zieht mich so an. Ähm, nicht gesagt, ich war Redaktionsleiter gewesen. Ähm, ich hab halt ne, ich hab bei einer großen Firma begonnen, hab eine eigene große Firma gegründet, also im Moment noch keine richtige Firma, aber dafür, ähm, wir wollen halt dieses Risiko mit der Firma noch nicht eingehen. Ähm, und weil wir halt auch nicht dieses Kapital vorweisen können, was die eigentlich wollen, ähm, die wollen ja einen gewissen Umsatz noch mal haben. und das muss ja alles über einen Anwalt gehen und über einen Notar oder so, keine Ahnung. Und da haben wir im Moment noch nicht das Zeug dazu. Und dann hab ich Theofilness gegründet. Und das war, also das war halt sowieso die beste Entscheidung, weil ich jetzt hier hocke mit ein paar Jungs, die ich echt cool finde und ich gerne Künste unterstütze, Künste unterstütze. Das ist ja sowieso mein Ding, weil ich selber denke, dass Freiberufler echt was verdient haben, weil die sich so den Arsch aufreißen. Klammer zu. Ähm, und daher, ich hab so unglaublich viel gelernt. Und, noch was, Redaktionsleiter Huchen, ach so. Redaktionsleiter bei der Firma würde ich nie sein. Der Name ist mir zu feinlich. Ähm, und wie gesagt, ähm, ich hab dann jetzt für mich auch gesagt, ich möchte eher diesen Bereich abdecken. Ich bin eher mehr der Schreiber tatsächlich. Also, was ist, ich bin eher mehr der Schreiber. Ich mach vieles gerne. Ähm, aber ich schreibe auch unglaublich gerne und streamer auch gerne. Und ich glaube, streamen können auch andere sehr, sehr gut oder vielleicht sogar, also ich würde sogar sagen, besser als ich, viel besser als ich. Ähm, man lernt halt immer noch alles. Oh Gott, das zieht sich jetzt hier. Ähm, aber ich denke, weil man so eine große Community, die Community ist oder sein kann, sollte man sich auch tatsächlich unterstützen. Und ich kann halt einen gewissen Start, sag ich mal, vorlegen immer noch. Einfach durch meine Arbeit, durch meine bekannte Arbeit. und, ähm, möchte auch gerne, dass, ähm, andere vielleicht in meinem Stand in anderen Themen profitieren. Und ich möchte vielleicht auch anderen Berufsfeldern auch mal zeigen, dass man nicht nur einen Stock im Arsch haben muss. So oder so, ähm, letzten Endes, bin erst mal weg. Ja, andere bohr. Ja, man sieht sich. Wir schauen noch mal uns dieses Projekt noch mal richtig an. Also ich auf jeden Fall jetzt im Stream ist halt ein bisschen doof, wenn ich da rein switche. Oh, nicht genug. Redstone. Ja, und, ähm, wie gesagt, auch, wenn ich meinen Onkel immer sehe, er macht seit, lass mich nicht lügen, seit er 18 ist, oder seit er mit 18 hat er glaube ich mit Breakdance begonnen. Ähm, und er macht halt schon ewig lange Musik oder so, macht alles Mögliche. Und ich denke halt immer wieder dran, der wurde nie dafür belohnt. Ich kann die Leute nicht, ich kann die Leute nicht belohnen, also klingt mega interessant, auf jeden Fall, meinst du wahrscheinlich, ähm, also wie gesagt, ich kann die Leute nicht belohnen, indem ich sage, ey, ich bringe euch jetzt alles der Welt, sondern ich kann nur sagen, ich habe Erfahrung, der Justin zum Beispiel, wenn der seine Erfahrung auspackt, dann habe ich erstmal mega Respekt. Weil der Justin, der hockt sich hin, der hat mir den ganzen Stream und so eingerichtet, der ist ausgerastet, ich habe gedacht, ich weine. Er hat alles eingestellt und das innerhalb von ein paar Minuten und das finde ich zum Beispiel Talent. Zum Beispiel bei dir, äh, bei dir, Nico, finde ich zum Beispiel dein Talent, hättest du jetzt mein Mikro ohne Scheiß. Du würdest so, dich so krass anhören, ich würde den ganzen Tag zuhören. Weil, ich weiß nicht, ich höre schon so, wenn ich deine Stimme schon höre, denke ich mir so, boah, krass, Alter. Und außerdem, denke ich, du kannst unglaublich viel aus dir rausholen. Also, man, ich weiß nicht, man sieht einfach so, wenn man so Leute hört, man sieht, dass man da noch mehr, dass da noch mehr kommt, wenn man lang genug irgendwie dabei ist. Also, es ist einfach eine Übungssache. Das ist auch so wie Schreiben. Das ist nur eine Übungssache. Und deswegen, also, wie gesagt, auch der Justin, mit dem macht das mega, also, der hat auch einen super angenehmen Charakter beim Stream. Das ist so ein Typ, den würde ich mir unglaublich gerne öfter reinziehen. Eben nicht, wenn ich immer streamen würde. Und auch zum Beispiel der Maurice, der ist mir auch unglaublich sympathisch. Und ich glaube, das macht es halt aus. Und deswegen möchte ich auch gerne, dass man hier zusammen irgendwie versucht, zusammen zu bleiben, sich zu unterstützen, mit den unterschiedlichen Talenten Tipps zu geben. Jeder hat eine andere Meinung. Nein, so schlimm ist es nicht. Und deswegen, ja Justin, du bist auch ein feiner Typ. Was glaubst du? Ich muss euch doch mal lieb haben, oder? Sonst hab ich euch nie lieb. Nerd for Love. Ja, ja, aber ganz ehrlich, das, weißt du, es hört sich jetzt erstmal seltsam an, aber ich denke, man lobt zu wenig, generell in der Gesellschaft, aber ich glaube noch viel mehr, man versucht meistens, den anderen so ein bisschen runterzudrücken und zu sagen, ja, aber so gut bist du doch gar nicht. Oder, ja, wie viele Zuschauer hast du? Oder so. Und ich denke mir halt immer so, don't do this. Please don't do this. Don't say this. Please. Weil das ist komplett, kompletter Humbug. Davon darf man sich halt echt nicht unterbuttern lassen. Ich denke halt immer daran, als ich angefangen habe, also wirklich eigenständig zu werden. Ich hatte wirklich, also ich habe bis heute noch, ich würde sagen, ich nenne ihn mal jetzt Mentor. Also wirklich so einen Typen, der halt echt was auf dem Kasten hat. Ich möchte dazu sagen, ich habe bis heute noch guten Kontakt zu ihm. Kennt ihr den Bambi? Diesen Preis da, diesen Award? Ich denke ja, ne? Der kommt jedes Mal in den Medien. Ja. Wisst ihr, wer den eingeführt hat? Der Typ, der mich ausgebildet hat. Und er hat immer ein Motto gehabt. Es ist egal, was andere kann. Du kannst alles aus ihm rausholen. Und du musst alles aus ihm rausholen, was geht. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, du musst alles rausholen. Ich bin eher der Typ, der sagt, man kann vieles aus einem Menschen rausholen. Und ich glaube, man muss einfach nur dabei bleiben. Und das ist, sogar meine Freundin hier sagt, deine Stimme hört sich mega beruhigend an. Das Mikro ist halt aber auch klasse, denke ich auch. Dankeschön. Vielen liebe Grüße an deine Freundin auf jeden Fall auch. Ich hoffe, sie ist doch nicht so sehr gelangweilt von diesem Thema. Also ich denke halt, das ist halt so ein Punkt, dass man halt auch sagt, naja, also stellt euch mal vor, es gibt ja Leute, die ja eine Doktorarbeit schreiben. Und die Leute, die eine Doktorarbeit schreiben, haben immer ein Problem. Warum brechen knapp, ich glaube, es waren 60 Prozent, der Leute, die einen Doktor machen, ab. Das ist total blöd. Die sind nicht motiviert. Professoren merken das und führen dann so Gesprächsgruppen ein. Das Problem ist, die Leute gehen nicht hin. So. Ich denke, dieses Phänomen findet man auch beim Stream wieder. Ich glaube, viele gute Streamers sind daran zugrunde gegangen, weil sie sich nicht motivieren konnten. Deswegen finde ich das so krass, dass ihr hier seid, weil das mich so mega motiviert, hier weiterzumachen. Ich sitze hier und mache was. Ich rede mit euch, ich habe Motivation und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist halt der große Vorteil eben von so einer Community. Und nicht nur Community, sondern auch zum Beispiel, keine Ahnung, Ja, Justin, gleich, gleich. Zum Beispiel, wenn der Justin jetzt streamt, bin ich bei Justin im Stream und rede mit ihm ein bisschen. Wenn der Nico jetzt streamt, bin ich bei Nico im Stream und quatsche mit ihm ein bisschen. Und diese Motivation, die dabei zustande kommt, das ist das wirklich Interessante. Das ist das wirklich Wichtige. Und die kann man sich gegenseitig geben, wenn man sich nicht runterputzt. Ich glaube, gerade dieses Runterputzen ist das größte Problem, was wir haben. Wollte ich nochmal sagen. Übrigens, Nico, kleine Anmerkung. Das möchte ich kurz nochmal erwähnen. Meine Freundin, als ich hier gesagt habe, irgendjemand hat mich mal gelobt für die Stimme. Und ich habe dann gesagt, ah, okay, gut. Ich bin ja, ich bin ja eher so der, äh, Moment. Ich bin ja eher der, der so sagt, okay, hey, alles cool. und, ähm, meine Freundin war sehr eifersüchtig und die sagte dann zu mir, ähm, knallhart, ja, aber das ist meine Stimme. Das ist, das, das, du bist mein Freund, das ist meine Stimme. Hat sie natürlich mir auch Spaß gemacht, aber leicht bis heute noch. Du brauchst eine Flüssigkeit-Mülltonne. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Ja, danke, also, ich denke, wir, äh, ich denke, wir verstehen uns, ähm, bei diesem Punkt alle. Und deswegen auch dieser Artikel. Ich glaube, unglaublich viele Leute können sich irgendwie daran wiederfinden, wenn sie sagen, ich brauche Motivation. Die Motivation braucht jeder. Ohne Mist. Ja, aber die ist nur los. Läuft's oder läuft's nicht? Komm. Alter, da kommt so viel Gneiss rein. Kann ich eigentlich jetzt schon komprimierten Stein machen, ohnehin noch komprimierter Stein? Ja. Oh Gott. Das meine ich mit komprimierten Stein. Wir haben so viel Zeug. So viel, das muss alles weg. Ich muss den komprimierten Stein nochmal komprimieren. Jetzt, jetzt, komm. Zack, 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 zack. So. Und den hier. Jetzt, ich vaccinated. Ich mache das mal. Untertitelung des ZDF, 2020